STM bietet verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Dabei navigiert man durch die Schaltflächen im oberen Bereich. Man kann auf der linken Seite auswählen, welche der angebotenen Möglichkeiten man konfigurieren möchte. In unserem Beispiel sehen wir die Schaltfläche Configure. In diesem Bereich werden Konfigurationen wie zum Beispiel Routing und andere verschiedene Sicherheitseinstellungen vorgenommen. Aber auch die Schnittstellen des Routers können hier konfiguriert werden. Untertitelung des ZDF, 2020